Der Cyberpunk-Quest-Director äußert sich zum kommenden großen Story-Add-On, Sony investiert eine Milliarde in das Metaverse und eine sehr interessante, aus dem Spiel entfernte Quest lässt die Elden Ring-Community aufhorchen. Heute ist der 12.04.2022, ich kann ne Zucchini nicht von ner Gurke unterscheiden ohne reinzubeißen und hier kommen die News mit Jules. In einem Livestream hat der Cyberpunk 2077-Quest-Director Pavel Sasko sich zu neuen Inhalten von Cyberpunk 2077 geäußert. Es sei immer noch viel Arbeit am Spiel nötig und man denke täglich über mögliche neue Quests nach. Das positive Feedback zu Update 1.5 habe das Team dabei weiter motiviert. Im Gegensatz zum kürzlich angekündigten neuen Witcher-Spiel, das in der Unreal Engine 5 entwickelt wird, bleibt Cyberpunk der hauseigenen Red Engine Treu. Die große Story-Erweiterung ist dabei Suscos Hauptfokus, wobei unklar ist, ob es nun eine oder mehrere geben wird. In der offiziellen Kommunikation von CDPR ist nur von Addon im Singular die Rede, während Susco immer wieder von mehreren Erweiterungen spricht. Auch wissen wir nicht, ob der mal für Cyberpunk geplante Online-Modus nochmal ein Thema wird. Der vermutlich ein wenig mit GTA Online vergleichbare Modus sollte ebenfalls eine ganze Zeit nach Release von Cyberpunk 2077 erscheinen, wurde aber auf Eis gelegt, weil die Entwickler sich nach dem technisch katastrophalen Launch erst darauf fokussieren wollten, das Hauptspiel zu verbessern. Aber ist der Modus nun permanent auf Eis gelegt oder wird die Idee nochmal aufgegriffen? Hättet ihr Interesse an einem Cyberpunk Online? Sony hat eine weitere Milliarde US-Dollar in Epic Games investiert. Der Publisher hatte sich seit 2020 bereits Anteile am Fortnite und Unreal Engine Macher am Wert von rund 450 Millionen Dollar gesichert. Kirk B, die Gesellschaft hinter der Lego Group, investierte ebenfalls eine Milliarde in Epic Games, um deren Ambitionen im Metaverse zu beschleunigen. Für das Metaverse gibt es keine eindeutige und universell akzeptierte Definition, es wird von vielen als Nachfolger des mobilen Internets gesehen, als eine Art virtueller, dreidimensionaler Raum, in dem Nutzer miteinander interagieren, spielen und arbeiten können. Die neue Investition soll die Beziehungen im Metaverse-Feld stärken, so Sonys CEO Kenichiro Yoshida. Auch die Lego Group hat vergangene Woche eine langfristige Partnerschaft mit Epic angekündigt, in der man gemeinsam versuchen wolle, die Zukunft des Metaverse zu formen und dieses sicher und spaßig für Kinder und Familien zu machen. Nach der neuesten Investitionsrunde wird der Gesamtmarktwert von Epic Games nun auf 31,5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Elden Ring ist schon ein unglaublich riesiges Spiel, hätte aber eigentlich noch riesiger sein sollen. Das zeigt zumindest ein Video des YouTubers Lance McDonald, in der dieser von einer aus dem Spiel herausgekürzten Nebenquest berichtet, in der wir die Träume schlafender Feinde sammeln sollen. Es ist unklar, warum diese Mechanik aus dem Spiel entfernt wurde, denn zahlreiche NPCs haben nach wie vor Dialogzeilen im Spiel, die vermutlich darauf Bezug nehmen. Wir hätten dann einen Trank namens Dream Brew, also Traumgebräu, durch die Nutzung des Gegenstands Saint Trinas Crystal Ball herstellen können. Die Beschreibung des Items besagt, dass es Traumnebel eines schlafenden Wesens kopiere. McDonald merkt an, dass im Network Test, einer Vorabversion des Spiels, die viele Content Creator bereits spielen konnten, zahlreiche Tiere gab, die aus der finalen Version entfernt wurden, wie etwa ein schlafender Wolf. Und während es noch schlafende Tiere im Spiel gibt, so funktionieren diese anders. Sie können geweckt werden, wenn wir laut sind oder sie angreifen. Die im Network Test vorhandenen Schläfer konnten nicht geweckt werden. Im Laufe des Spiels wäre die Menge an Traumnebel zum Herstellen des Tranks immer weiter angestiegen und wir hätten eine Storyline mit zahlreichen Dialogen erlebt. Lance McDonald ist außerdem übrigens derjenige, der bereits ein verstecktes Kolosseum in Elden Ring fand, was auf zukünftige DLC-Inhalte hindeutete. Vielleicht gehört das Traumsammeln ja auch dazu. Activision Blizzard ist weiterhin bemüht, die zahlreichen internen Probleme zu beheben, die im Laufe des vergangenen Jahres offengelegt wurden und zu mehreren Gerichtsverfahren führten. Die neueste Maßnahme ist die Einstellung von Kristen Heinz als Chief Diversity, Equity and Inclusion Officer. Ab dem 25. April soll sie eine führende Rolle darin spielen, die Zahl der dort arbeitenden Frauen und non-binären Menschen in den nächsten fünf Jahren um 50% zu erhöhen. Darüber hinaus soll Heinz auch mit den Entwicklerteams zusammenarbeiten und sicherstellen, dass diverse und inklusive Perspektiven sich auch im Game Design, den Storylines der Spiele, der Charakterentwicklung und im Umgang der Community widerspiegeln. Activision Blizzard hatte vor kurzem eingeräumt, dass man aktuell Probleme bei der Personalsuche habe, die durch die allgegenwärtige negative Presse nur verstärkt würden. In einem der laufenden Prozesse konnte man sich auf eine Entschädigungssumme von 18 Millionen US-Dollar einigen, die Activision Blizzard zu zahlen habe, während ein weiterer Prozess noch aussteht. Im Januar wurde außerdem das Vorhaben Microsofts verkündet, Activision Blizzard in der mit Abstand teuersten Gaming-Akquise für knapp 70 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Hier wird aktuell auf die Ergebnisse einer Aktionärsabstimmung gewartet, um den nächsten Schritt einzuleiten. Das waren die heutigen News. Vielen Dank fürs Zuschauen, liken und abonnieren. Ihr findet das Programmheft wie gewohnt unter eurem Sitz. Wie ihr seht, gibt es da drin unsere sehr empfehlenswerte Trailer-Rotation. Klickt unbedingt hier und schaut sie euch an. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin und denkt immer dran, ihr seid wunderschön. Lasst euch niemals von irgendwem etwas anderes erzählen. Euer Jules. Jetzt noch mal. sch�AR Folge sch créd sch 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 sch